Was machst du in deiner Ausbildung? Also ich habe im September mit der Lehre im Bereich Applikationsentwicklung angefangen. Ich bin derzeit in der Grundausbildung und wir lernen die Programmierung in C-Sharp und SQL. Die Grundausbildung dauert ein Jahr und danach kommt man in Abteilungen, wo man an Projekten arbeitet. Das schaut auch nach komplexen Codezeilen aus, aber es schaut schon so aus, als ob du es schon ziemlich drauf hast. Was sagst du am meisten bei TGW? Also die Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie die Lehre mit Matura oder den Englischkursen. Man bekommt genug Zeit für die Aufgaben und wenn man Fragen hat, kann man sich bei den Ausbildern oder anderen Kollegen melden. Und was war für dich dann der Grund, dass du eine Lehre bei der TGW magst? Also schon als kleiner Junge habe ich Interesse gehabt mit dem Computer zu arbeiten und in TGW sah ich halt Entwicklungsmöglichkeiten, weil die alle Lehrlinge noch der Lehre übernehmen. Und TGW ist heute ein internationales und großes Unternehmen und das hat mich auch sehr interessiert. Vielleicht sehen wir sie nächstes Jahr, würde mich freuen. Ja passt, sehr gut, vielleicht sieht man sie.